Hört das denn niemals auf? Herzogin Meghans Halbschwester Samantha Markel nutzt jede Gelegenheit, um gegen sie zu hetzen, und das hat bittere Folgen. Herzogin Megan, neuer Angriff von Halbschwester Samantha Markel. Sie verpasst keine Gelegenheit, Giftpfeile auf ihre Schwester Herzogin Megan, 43, zu schießen. Jetzt war es wieder einmal soweit. Samantha Markel, 60, ließ in der englischen Zeitung Daily Mail kein gutes Haar an Prinz Harrys, 40. Frau, wie in den vielen Interviews zuvor forderte sie, dass Megan sich mit ihrem Vater versöhnt. Der wurde im Sommer 80 und man solle doch wenigstens für die ihm verbliebene Zeit noch Frieden schließen. Dann polterte die Blondine. Ich hätte nie gedacht, dass Megan der königlichen Familie das antun würde, was sie getan hat, so Samantha. Ich wusste, dass mein Vater gelitten hat, aber ich dachte, sie würde bei der Königin aufhören. Verliert Samantha Markel wegen ihrer Rache an Megan alles? Auch Prinz Harry wird nicht von ihren Hass-Tiraden verschont. Samantha gab zu Protokoll, dass er Megan erlaubt habe, die verstorbene Monarchin zu verspotten. Samantha Markel ist von Neid zerfressen. 17 Jahre älter als die Herzogin von Sussex, fühlte sie sich als Jugendliche abgemeldet, nachdem ihre Halbschwester zur Welt kam. Ihr Vater Thomas vergötterte das Nesthäkchen, zahlte ihr eine teure Schulausbildung. All das schmerzte Samantha. Sie fühlte sich hässlich und wertlos. Als die schöne Brünette dann in der Erfolgsserie Suits mitspielte und sich auch noch einen Prinzen angelte, lief das Fass für Samantha über. Sie beschloss auf dem Rücken ihrer Schwester Karriere zu machen und endlich auch gesehen und gehört zu werden. Mit ständigen Hass-Tiraden, vor allem in den britischen Medien, verdient sie seit der Verlobung von Megan und Harry gutes Geld. Die Strategie? Sie spielt sich als Beschützerin des kranken Vaters auf. Thomas Marke ist für Samantha aber nur Mittel zum Zweck, damit sie eine Bühne bekommt. Der Hass auf ihre kleine Schwester ist so groß, dass die 60-Jährige sogar gegen Megan vor Gericht zog. Der Auslöser, die Herzogin hatte im Interview mit Oprah Winfrey, 70, erzählt, sie habe kaum Kontakt zu ihren Halbgeschwistern gehabt und sei wie ein Einzelkind aufgewachsen. Samantha ist da anderer Meinung, aber verlor den Prozess. Selbst ihre beiden Kinder brachen den Kontakt zu ihr ab. Die Schimpftiraden ihrer Mutter sind ihnen einfach zu peinlich. Die Schimpftiraden ihrer Mutter sind ihnen einfach zu ihr ab. Die Schimpftiraden ihrer Mutter sind ihnen einfach zufrieden. Untertitelung des ZDF, 2020